Hallo ihr Lieben, mein Name ist Silke Röseler, ich bin Floristin und arbeite bei der Gärtnerei Klever in Augustveen. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man aus altem Geschirr, in Anführungsstrichen, so wie hier diese Suppenterrine, eine moderne Floristik rausmacht. Genau und dazu zeige ich euch jetzt mal die Schritte, wie das funktioniert. Und zwar habe ich hier noch mal eine alten Suppenschale, Suppenterrine mit dem Deckel und da machen wir als erstes Steckmasse rein. Steckmasse ist diese grüne, kriegt ihr in jedem guten Floristengeschäft, muss gut eingeweicht werden, dass sie sich vollsaugt mit Wasser und dann schneiden wir das so ungefähr so ein Dreiviertel ab, dann kann das, passt das praktisch genau hier in diese Schale rein. Kann ruhig so ein bisschen hochstehen. So und damit man jetzt diesen Deckel jetzt auch hier so fest bekommt, seht ihr hier schon, habe ich hier Stöcker drin und das sind die Falopia-Stöcker. Die sind jetzt so bräunlich, das sind diese hier. Ihr könnt aber auch jeglichen anderen Stock nehmen, was ihr habt. Der muss nur eben halt ein bisschen stabil sein. Den schneidet ihr auf Länge. Ich habe mir mal hier so ein Maß gemacht, wie die Höhe von dem Deckel sein soll. Das könnt ihr natürlich variieren. Wichtig ist, dass der dann gerade und fest in die Steckmasse reingedrückt wird. So, möglichst dann auch ja gleichmäßig hoch. Und dann, und so hält der Deckel. So und dann brauchen wir hier außen nur noch mit Grünstecken. Ich habe jetzt hier die Nordmannstanne, dann habe ich Kiefer, ich habe ein bisschen Eukalyptus und ich wollte das diesmal jetzt ein bisschen mit frischen Blumen arbeiten, weil hier habe ich ja nur mit Coniferengrün gearbeitet und dann weihnachtliche Deko reingeklebt. Und jetzt arbeite ich hier noch ein bisschen mit der Lysantus, mit frischer Blume und mit dem Wachsflower. Wenn ihr das reinsteckt hier in die Steckmasse, wichtig ist, bei Coniferengrün eben den untersten Stiel ein bisschen von den Nadeln befreien. Dann kann man ihn gut hier reinstecken in die Steckmasse. Dann hat man nicht so ein, ja, dickes Loch nachher in der Steckmasse, dass es locker wird dann eben halt. Jeden Stiel eben halt auch ein bisschen schräg anschneiden. Und dann kann es losgehen. Und da ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Ich wechsle das immer ein bisschen ab mit dem Grün. Dann sieht das ein bisschen interessanter aus, dass man eben halt nicht nur in der Runde nur die Nordmannstanne oder nur die Kiefer nimmt, sondern wirklich im Wechsel ein bisschen arbeitet. So, und jetzt auch mit dem Eukalyptus. Das ist ja auch so die Trennpflanze. Und wie gesagt, immer alles schön anschneiden und tief reinstecken. So, ich habe jetzt gesehen, das ist hier noch ein bisschen wackelig. Dann drücken wir das noch mal ein bisschen nach. So, das ist jetzt besser. Das merkt man dann ja auch ganz schnell beim Stecken. So, was man natürlich auch nehmen kann an Grün ist Lebensbaum und ihr könnt aus der Natur noch Efeu nehmen, Gräser nehmen, Fruchtstände, wenn die jetzt noch da sind. Da ist wirklich der Fantasie freien Lauf gelassen. Das ist überhaupt gar keine Sache. Da kann man Zieräpfel sind jetzt noch schön, Hortensienfruchtstände. Und natürlich kann man zum Floristen gehen und sich noch passende schöne Blumen eben halt kaufen. Das ist also auch überhaupt gar kein Ding. Und sowas finde ich eben halt auch schön für die Festtafel als Tischdeko. Weihnachtsfesttafel finde ich das super. Oder eben halt, wenn man irgendwie ein Sideboard hat oder ähnliches, da kann man es auch schön draufstellen. So, und wie ihr seht, habe ich das jetzt schon jetzt einmal in der Runde des Grün gesteckt. Immer so ein bisschen im Wechsel. Jetzt zum Schluss kommt dann jetzt nämlich, das ist erstmal mein Grundgerüst und jetzt zum Schluss kommen die Blumen da rein. So, und ich habe mich jetzt dafür entschieden, alles so ein bisschen in weiß zu arbeiten, so ein bisschen edler. Und hier auch. Hier müsst ihr das auch schön reinstecken. Auch wieder immer mit dem Messer alles anschneiden und tief reinstecken. Und gerade diese Lysanthus eignet sich hervorragend, weil die so schön verzweigt ist hier. Also daher kann man das super. Da braucht man nur ein oder zwei und dann hat man eigentlich schon die Schale gesteckt dann auch. So. Und hier das Wachsflower. Das finde ich auch so schön. Das hält auch super. Durch diese kleinen Blüten ist es nachher, ja, verleiht das Ganze so eine Leichtigkeit dann auch. Und auch immer so ein bisschen im Wechsel und schön fest, tief in die Steckmasse. Das ist immer so das A und O vom Ganzen. Aber man kann es natürlich auch in jeder anderen Farbe arbeiten. Also da ist, was ihr leiden mögt, ist alles richtig. Und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen gefärbtes Gras oder gebleachedes, sagen wir dazu. Man kann natürlich auch natürliches Gras nehmen, weil man sollte die Gräser ja auch jetzt im Winter ruhig dranlassen und erst im Frühjahr abschneiden. Aber so ein paar von diesen schönen Ehren kann man natürlich für Dekosachen immer gut gebrauchen. Und das darf ruhig so ein bisschen dann auch raushängen, ein bisschen rüberhängen, weil das ist ja diese Leichtigkeit. Gras ist ja immer eine Leichtigkeit, die darf so ein bisschen schweben. Also ihr seht, man braucht überhaupt gar nicht so viel Material, um so eine tolle Gestaltung zu machen. So, und jetzt kommt noch so ein bisschen, meine Floristen lieben ja Heißkleber, der kommt jetzt natürlich im Einsatz. Und zwar habe ich hier diese tolle Baumwolle. Das ist im Winter auch also ein absolutes Must-Have und die klebe ich hier einfach so ein bisschen rein. Also es sieht immer ein bisschen schöner aus, wenn ein bisschen mehr Material oder verschiedene Materialien, so muss ich sagen, drin sind, weil dann ist immer, da hat das Auge mehr zu gucken. Dann ist das so interessanter, als wenn man nur eine Sorte drin hat, dann sagt man, ja okay, alles abgeschickt. Aber wenn da so ein bisschen mehr drin ist, dann ist es einfach schöner fürs Auge zum Gucken. So, und dann habe ich hier noch ein paar Zapfen, die würde ich da gerne mit reinmachen. Die habe ich gedrahtet. Also wenn ihr einen Tannenzapfen andrahten möchtet, dann nehmt ihr diesen Steckdraht, den kriegt ihr auch in jedem Floristenfachhandelgeschäft und dann eben halt zwischen diesen Schuppen reinlegen, ein Ende ein bisschen überlassen und dann kann man den ganz gut hier so rumdrehen zwischen diesen Zapfen ganz eng dran und dann verzwirbelt man den einfach hier zwei-, dreimal rum und schon hat man den gedrahtet. Und dann kann man eben halt den Stiel oder den Draht vielmehr kürzen, je nachdem wie man den braucht. Und die stecke ich dann hier einfach so mit rein und auch ruhig Zapfen nicht immer so hinstellen. Bei den Zapfen, die runterfällt, der landet meist nie so. Der ist immer, der liegt oder über Kopf und auch ruhig so dann mal den Zapfen verarbeiten. Dann wirkt das eben halt natürlich. Und so wie hier, ich drehe das nochmal eben um, kann man dann auch ruhig mal so Zapfen als Gruppe anordnen. So und jetzt wäre das schon eigentlich fertig, was man jetzt noch zum Aufpimpen nehmen könnte, wenn man es jetzt ganz weihnachtlich hat oder noch ein bisschen Touch Weihnachten rein haben möchte, kann man hier nochmal eine Kugel reinkleben, ob es jetzt im Weiß ist oder hier ist ja dieses Gold mit drauf, könnte man natürlich auch eine goldene Kugel nehmen oder man sagt, nee, ich lasse es so ein bisschen in diesem winterlichen Touch stand. Also daher finde ich, dass das ist wieder eure Fantasie freien Lauf gelassen. Und ja, und ich finde, das ist doch eine schöne Deko für jeden Tisch und für jede Tafel oder eben halt auf dem Sideboard, wie ich schon gesagt habe. Und ich hoffe, ihr habt jetzt Lust, so was nachzumachen. Ich würde mich freuen.